Rablik. Wer Karl Erivan Haupt begegnet, merkt schnell, dieser Mann, er ruht in sich. Und er ist jemand, der das Leben schätzt. Oberste Priorität für ihn, niemals stehen bleiben. Das tut mir manchmal weh, wenn Menschen, die man dann wieder trifft, das Gefühl hat, die haben gar keinen Traum mehr oder gar keine Idee mehr. Und das sollte man sich eigentlich festhalten. Und ich finde, die Menschen, die alt geworden sind, immer noch sprühen vor irgendetwas, die finde ich toll. Das sind meine Vorbilder. Am 2. März 1960 kommt Karl Erivan Warder Haupt in den Vereinigten Staaten zur Welt, als Ältester von drei Brüdern. Nach dem Abitur macht er eine Ausbildung im Einzelhandel, studiert Wirtschaftswissenschaften. 1989 heiratet er, wird wenig später Vater von Zwillingen. Die Familie ist sein ganzer Stolz. Wer diesen Rückzugsort nicht hat, der ist, glaube ich, ziemlich alleine. Ich merke es dann, wenn die Familie vielleicht schon mal vorher in Urlaub gefahren ist. Und dann kommt man nach Hause und da ist niemand. Und dann spürt man, da fehlt was. Seit 2007 unterstützt Karl Erivan Haupt das Gospelprojekt Ruhe. Ziel ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus allen sozialen Schichten zusammenzubringen und zu fördern. Das Besondere an Herrn Haupt ist, dass er unglaublich gerne Teamplayer ist, dass er möglichst viele Menschen an einen Tisch holt, in eine Halle holt und sagt, komm, lass uns gemeinsam an diesem Gospelprojekt arbeiten, denn das ist eine gute Sache. Das stärkt die Kinder, das stärkt die Jugendlichen, das stärkt unser Miteinander. Auch die ehemalige NRW-Wirtschaftsministerin Christa Thoben unterstützt das Projekt. Sie ist Mitglied des Kuratoriums. Kinder, wo man erst gesagt hat, die haben nie eine Chance. Wie die plötzlich durch Tanzen und Musik entdecken, was sie alles können, dass sie aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Da muss man denen nicht einen Frontalunterricht bieten. Die erleben, dass sie miteinander ganz viel schaffen und wenn sie es nicht miteinander schaffen, gar nichts. Und das ist so ein Eindrucksfall, da muss man sich für begeistern. Will Karl Erivan Haub alleine sein, dreht er eine Runde. Zwischen 20 und 30 Kilometer läuft er pro Woche. Doch das reicht dem ehrgeizigen Macher nicht. Er mag es extrem. Egal ob New York-Marathon, Triathlon oder Bergsteigen, der 51-Jährige macht auch vor einem Sechstausender nicht Halt. Wenn man etwas, woran man lange gearbeitet hat, das kann was Privates sein oder Geschäftliches sein, wenn das am Ende erfolgreich ist. Das ist das größte Glücksgefühl. Dieses Glücksgefühl, es treibt Karl Erivan Haub an. Er hat immer eine Idee im Kopf und marschiert nach vorn und wird die Augen vor den spannenden Dingen des Lebens niemals verschließen. Herr Haub, Sie sind Doppelstaatler. Das heißt, Sie sind in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren. Wofür bringen Sie Weihnachten? In den USA oder in Deutschland? Nein, Weihnachten immer bei uns zu Hause. Unsere Kinder möchten den traditionellen Weihnachtsbaum haben und das Weihnachtsessen und mit der Familie. Wie sieht denn der Weihnachtsbaum bei Ihnen aus? Mittlermette oder ohne? Nein, meine Frau hat Farbe Rot, ist dominierend. Das Besondere an unserem Weihnachtsbaum ist, dass meine Frau neben den Kugeln und den Kerzen, wir machen das nur mit echten Kerzen, große rote Schleifen anmacht. Sind Sie ein christlicher Mensch? Ja, ich bin das geworden. Das war ich früher nicht, aber ich bin durch die Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, immer mehr in diese Richtung geworden. Gibt es da Schlüsselerlebnisse oder ist es? Die Geburt meiner Kinder. Ein unglaubliches Erlebnis der Schöpfung. Haben Sie geweint bei der Geburt Ihrer Kinder? Nein, das war ein Kaiserschnitt. Deswegen war es sehr dramatisch und sehr aufregend. Ich hatte die dann beide im Arm. Nein, also das ist erst dann später, ist es dann so gesagt. Man war so aufgeregt. Und dann später ist das, wenn Sie gesagt haben, was da passiert ist. Herr Hoppitz, kommen wir zum Schluss unseres Interviews. Wir haben ja viel über vieles geredet. Wir haben ja viele Sachen auch ausführlich beantwortet, aber zum Schluss kommt eine Sache, die dürfte Ihnen gefallen. Da kommen unsere klassischen Ja-Nein-Fragen. Das ist manchmal schwer, manchmal auch nicht. Da dürfen Sie in der Tat nur mit Ja und Nein antworten. Da kriegen Sie hin, ne? Ich versuche es mal, ob ich mich so diszipliniert verhalten kann. Bislang haben es alle geschafft. Wünschen Sie sich Jürgen Rüttgers zurück? Ja. Lieben Sie Karneval? Ja, inzwischen. Glauben Sie an Gott? Ja. Ist Handeln wichtiger als Reden? Ja. Hat Europa noch eine Zukunft? Hoffentlich, ja. Ist Ihnen Treue wichtig? Ja. Sind Sie nachtragend? Ich hoffe, nein. Mögen Sie sich? Ja. Sind Sie ein guter Heimwerker? Nein. Sind Sie ein guter Mensch? Das hoffe ich, dass andere das so sehen, ja. Ach, wir denken schon. Also unsere Erfahrungen, die wir uns hier gemacht haben, keine schlechte. Und weil nicht nur Sie ein guter Mensch sind, sondern wir einer auch einer sein wollen, gibt es zum Schluss von uns für Sie ein kleines Geschenk. So. Und wir haben uns überlegt, was schenkt man einem Menschen, der sehr erfolgreich ist, so viel Geld hat, irgendwas Schönes. Da haben wir uns gesagt, Sie sind Karnevalist, das wussten wir nämlich vorher schon, aber wir wollten es mal aus Ihrem Mund hören. Und da kriegen Sie den Motto-Schal aus Köln 2012. Aber nicht irgendeinen, sondern Sie kriegen den goldenen Motto-Schal. Ich packe das mal gerade aus hier. Zack. Ziehe ich gleich an, bei dem Wetter kann man schon. Ja, den haben wir von Deitas haben wir uns hinbesorgt. Und die haben da 1111 Stück von aufgelegt, für einen guten Zweck. Den kann man kaufen. Und das Geld fließt guten Zwecken zu. Da haben wir uns gesagt, das wäre doch vielleicht was Schönes für Sie. Der Karnevals-Kölle-Ala. Kölle-Ala. Ja, jedem Jeck singt Pappnase, also für alle Bielefelder und Paderborner. Das heißt, für jeden Jeck ist es eine Pappnase. Die gibt es hier auch im Golden. Und, weil wir außerdem gehört haben, dass Sie gerne Skifahren. Was ich übrigens auch tue, und ich ärgere mich schon seit vielen, vielen Jahren darüber, dass ich immer mit meinen Skistöckern da rumfuhrwerke, gibt es nämlich was Neues. Das gibt es aber erst ab 2012. Gibt es ein neues Patent. Wir haben mit dem Patentinhaber gesprochen. Wir haben gesagt, wir haben mit Ihnen ein Gespräch. Das nennt sich Stickfix. Jetzt fragen Sie sich, was ist das? Habe ich mich auch. Das können Sie aufklappen. Das können Sie an Ihre Skistöcker machen. Und dann können Sie die Skistöcker nach dem Skilaufen, wenn Sie die Skier auf dem Buckel haben, können Sie die einfach dran klicken und dann fallen die nicht runter. So, das gibt es noch nicht. Das ist eine Weltneuheit. Super. Die schenken wir Ihnen. Und da wünschen wir Ihnen viel Spaß mit. Herzlichen Dank. Viel Erfolg beim Skilaufen. Herr Haupt, alles Gute. Danke schön. Halten Sie weiterhin die Fahne hoch für Made in NRW. Wir brauchen erfolgreiche Unternehmer. Wir brauchen gute Macher. Und damit würde ich sagen, geben wir zurück. Und schöne Adventszeit und auch Ihnen eine schöne Weihnacht. Das wünschen wir Ihnen auch und Ihrer Familie und allen Ihren Mitarbeitern. Und ich würde sagen, damit gehen wir hier zurück aus dem schönen Ratingen-Mintat zurück nach Köln. Und das wünschen wir auch Probleme. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020